Umbauarbeiten begonnen. Die denkmalgeschützte Jakobskirche in Bad Homburg wird zukünftig als Kunstgalerie genutzt. Der neue Eigentümer der Kirche, der Bad Homburger Galerist Christian Schäffel, ist auch Gründer der Ausstellungsreihe Blickachsen, in der Kunstskulpturen aller Art gezeigt werden. Die auch schon als Turnhalle genutzten Räumlichkeiten der Kirche werden nun restauriert und umgestaltet. Ich denke, das Besondere an diesem Ort hier ist auch die Sicht zu den Blickachsen wieder. Die Blickachsen zeichnen sich dadurch aus, dass wir moderne Plastik im historischen Umfeld zeigen. Und auch hier haben wir eben sehr schön den historischen Kirchenraum umgewandelt dann zu einer musealen Galerie mit der Anbindung eines modernen Komplexes, also auch dieser Spaziergang von der Geschichte hin zu heute. Durch die Höhe der Decken eigneten sich die Räume selbst für große Skulpturen, die andernfalls nur im Freien gezeigt werden können. Galerist Schäffel hat aber auch noch weitere Pläne zur Nutzung der Räumlichkeiten. Ich kann mir hier in dem Raum besonders gut auch musikalische Veranstaltungen oder auch Lesungen vorstellen, Workshops für Kinder. Die Kinderblickachsen liegen mir sehr am Herzen. Ich glaube, wir haben einen tollen Ort der Begegnung hier in allen kulturellen Ebenen. Wann die Umbauarbeiten an der Jakobskirche abgeschlossen sein werden, ist bislang noch nicht bekannt.